So liebe Freunde, wir wollen uns natürlich auch von euch persönlich nochmal Auge in Auge Zahn und Zahn auch verabschieden. Wir sagen recht sehr vielen Dank. Wir haben noch alle Zähne. Ich habe zwar eine komplett verbrannte Lippe, zwei verbrannte Ohren. Die Katja hat einen Stich von einem Petersfisch. Aber wir haben es alle überlebt und wir freuen uns, wenn wir alle gesund nach Hause kommen. Wie gesagt, es ist, wenn am 11. Juli der Flieger tatsächlich fliegt, dann sind wir auch am 11. Juli wieder zu Hause. Und bis dahin euch allen alles, alles Gute. Warte mal, ich habe auch was hier. Wir trinken auf euch, auf alle unsere Zuhörer, auf alle unsere Freunde, auf ein gesundes Wiedersehen. Macht's gut, bis bald im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr. Tschüss, macht's gut, tschüss, tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich war immer eure Kamerafrau und habe mich immer sehr, sehr über die ganzen Whatsappen gefreut. Hatte gut zu tun, jeden Tag die zu beantworten. Wenn ich mal den einen oder den anderen nicht direkt angeschrieben habe, seid's mir nicht böse, aber es gab ganz schön was zu tun. Und jetzt machen wir eine Runde Urlaub, wenn wir dann so an den Strand mit den Einteilungen dürfen. Aber jetzt geht's uns, glaube ich, ganz gut. Uns ging's immer gut. Dank Birgits Musik und eurem Zuhören. Vielen Dank euch allen. Alles Gute, bis bald. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss.